Willkommen in Gaia, in einer fantastischen Welt unglaublicher Abenteuer. Tollkühner Draufgänger. Hey Kollege, falls es dir noch niemand gesagt hat, die Dinger haben den ganzen Gahang. Und ganz normaler Typen. Halt, wie geht's denn so? Ich bin Bu, der technische Assistent! Die nur etwas kleiner sind als wir. Ich glaube, wir sind im Land der Riesen gelandet. Blödsinn, Riesen gibt's doch gar nicht, Sino. Aua, das wäre getan. Das ist ein Schnorps. Das sieht nicht gut aus. Ich hab ja gleich gesagt, dass wir da lang müssen. Warner Bros Pictures präsentiert die atemberaubende Geschichte sechs unfreiwilliger Helden, die in einer gefährlich großen Stadt einen Zauberstein finden müssen, um Gaia zu retten. Los, her damit, du Euerkopf! Wir wollen den Zauberstein haben! Oder du kriegst heftigen Ärger mit uns! Genau! So sieht's aus. Ich bin beeindruckt. Nach Shrek und Ice Age kommt jetzt ein neuer, umwerfender Kinospass. Keine Frau wird mich jemals wieder mit Fasen treten. Autsch! Juhu! Treffer! Back to Gaia. Ab März im Kino. Weißt du, Bu, das hier ist anders als unsere üblichen Abenteuer. Das kannst du laut sagen. Okay. Weißt du, Bu, das hier ist anders als unsere üblichen Abenteuer. Weißt du, Bu, das hier ist anders als unsere üblichen Abenteuer.